ja hallo und herzlich willkommen bei schwarzwald tv im regionalen infokanal auf youtube am heutigen gründonnerstag 14 april 2022 ist aktuell 18 uhr 21 aktuell landet bei binzl einmal dinge der rettungshubschrauber christoph 11 und zwar direkt an der autobahn a 98 in der whatsapp gruppe ging es rum dass da mehrere unfälle sein sollen ich habe mich daraufhin mal informiert bei der polizei es ist ein auffahrunfall und der hubschrauber der ist auch auf der autobahn hat aber medizinische hintergründe genau am besten den bereich meiden und ein bisserl umfahren damit er nicht so im stau stehen das staut sich ziemlich stark hat man mir schon mitteilt gleichzeitig ist auch noch im landkreis waldshut an der bundesstraße 314 bei stühlingen und verkehrsunfall mit zwei fahrzeuge passiert die polizei ist momentan schon vor ort und ein reife platzer bei einem lkw auch dort in der nähe gut dass so kurze information und wenn dann eine pressemitteilung kommt hier zu dem verkehrsunfall das eine ist gesagt wie gesagt ein auffahrunfall findet ihr das dann in der video beschreibung drin ich wünsche alles gute bis dann und schönen abend schöne ostern gute besserung an die person die abtransportiert wird und bis dann und tschüss